Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf dem Untergrießbach. Ja, wir wollen ja wenden, ne? Ich hab schon den Truck fertig. Wender dran, ab fort. Wenden. Mit irgendeinem Sporn hier. Schon schickig fein, der Wender, der Pferde landet. Das ist schon ein cooles Geschütz, ey. Und wir fahren da lang. Klappst du dich nicht aus, oder was? Ah, ich hab runtergemacht, ne? Na, noch gar nicht. Nicht so runtergemacht. Jetzt war der Gang. Mach mal an. Los geht's. Schickig feinig, dreimal wenden, bevor wir Heu kriegen, ne? Hab ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Korrekt. Na, egal. Wir haben noch andere Arbeiten zu tun. Wer ist die zweite Wendestufe? Eine Wendestufe kriegst du noch drauf, ne? Ja, aber mal nur noch eine Wendestufe. Wir haben ja eine durchs Mähen. Ja, eine Wendestufe gibt's da noch. Sieht ja so bescheidig von, von innen gerade, ne? Passt ja die Faust aufs Eubo. Nicht. Ausstrohnen. Haben die da früher mal zugesagt. Haben wir den Schmätenschwatt. Wenden haben die früher mal ausstrohnen dazu gesagt. Müssen wir gleich mal gucken, ne? Müssen wir gleich mal anfangen, die Wiesen zu fliegen. Ja. Aber können wir aber jetzt noch sein lassen, oder so. Keine Ahnung. Gut, sie ist ja wohl ein bisschen schwer, unser Trepp, ne? Macht so ein bisschen Männchen. Nicht so cool. Schick hier vorne. Wendestufe. Gut, dass wir ohne Season spielen. Strengen die mal ein bisschen an hier. Bisschen leichte Schlepper. Aber egal. Egal. Da muss er brüten, ne? Hätte kein Trecker sein dürfen, oder? Das muss er haben können. Da kommt die auch bescheiden aus. Ja, dann müsst ihr sie quälen, ey. So passt das. So passt das, liebe Leute. Drei Schwarten ist in Ordnung. Vorne war ja noch so ein kleines Stück. Das müssen wir eben noch mal. Nicht, dass ich das wieder vergesse, wie auf dem Meerloch. Das wird ja überhaupt nicht, ne? Das wird nicht gut gegangen, nachher im Außenland. Das wird nicht gut gegangen. Dann können wir den Wind auch gleich abhängen. Und dann erstmal gucken, dass wir die Ballen vielleicht zum Herst kriegen. Aber ganz sinnig, ne? Was willst du sonst in der ganzen Zeit machen? Jo, Mop, wieso? Das flinkt noch ein Plan. Ballen vor mir Zange. Schick die Feuern. Nicht. Kommt doch bescheiden aus. Ganz ehrlich. Aus dem Dreieck hier. Dann bleibt mir so ein Schwart über. Dann bleibt hier noch ein Schwart über. Läuft. Das läuft. Hoffentlich kommen da noch ein paar Bälle zusammen, ne? Sonst haben wir uns die ganze Arbeit umsonst gemacht. Das finde ich nicht so schick, Freunde. Wie kann es denn? Aber so wird es schon. Ein paar Ballen rechnen. Wenn rundum schon acht Ballen rauskommen. So, jawohl. Gleich auch ein paar Ballen noch rauskommen, oder? Das ist ja auch kein Duh. Mutzi, futzi. das ging jetzt schneller als gedacht stehen wir denn da hinten hin der kann ja stehen bleiben erst mit dem Baum da jetzt nicht mitnehmen 10 Meter Platz korrekt was macht die da was ist das sein Entschuldigung musst du mal einen Kater gerade zur Raison rufen das ist ja nur Blödsinn in der Bühne so, den lassen wir eben hier stehen du dich brauchen wir jetzt nicht echt alles ungefallen wort man eben hier so dann haben wir das auch gleich schon mit dem Zongerballen stapeln Ne? Das ist ja ein Träumchen. Da freue ich mich ja schon drauf. Da bin ich ja ganz ehrlich. Nicht. Das mache ich nicht gerne. Da bin ich ja ganz ehrlich. Das ist der letzte Graus mit dieser Räume. So, Leute. Ich sage aber erstmal danke fürs Zugucken bisher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.